so ich leider nicht geregelt ich weiß nicht was dahinter war oder so aber ich versuche ein klings ich versuche einen klings das müsste eigentlich ganz gut funktionieren wo ist er klings ich möchte klings Bristelbeck und Centaur vielleicht kommen wir auch gar nicht dazu wer weiß wer weiß 10 Sekunden 5 Sekunden hoffen wir darauf ich bin klings so was nimmt man als klings mit sollte für das erste reichen wohl das schon ziemlich ätzend wird aber ich verklinge es wirklich nichts anderes als das ich weiß ich habe verklinge es nicht viel aber also so ... und es ist nicht gut. ... 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 Oh, tatsächlich. Not-O-Tab-Plus. Ah, halb so viel. Das ist wunderbar. Ich meine, am Anfang machen die noch wenig Damage, aber halb so viel ist schon... Ich meine, du kannst 50 schießen mit 300 Mana und du hast dann noch eine 1,9er Regen. Naja, nicht ganz, war es dann noch. 1, 2,5? Ah. Boah, lange nicht mehr Kling ist gespielt. Ich weiß, dass die Schäden die Amnuts hier irgendwo checkt. Aber wenn wir einfach über die Schäden schießen können, dann gehen meine Klinge. Ja! Ich hoffe einfach... Das wäre... Wunderbar. Wut? Ah, mein Attack-Speed ist wieder so für'n Arsch. Ich muss mich jetzt aufhören. Das ist mir so schön. Indeed. Point the way. Yes. Light my way. Yes. First blood! Indeed. First blood. First blood. First blood. That's what an arrow proved. First blood. That is a sea. Hmm. Odd on which team is gonna go after six kicks? Next? Yes. An arrow lights my way. so hoch ist es wert ich will pullen aus ich bin so langsam das geht mir so auf die nerven dass ich zu langsam bin shit misstimed ok Nein, das war's, ich krieg's einfach nicht mehr. Nein, das war's, ich krieg's einfach nicht mehr. Nein, das war's. Nein, das war's. Nein, das war's, ich krieg's einfach nicht mehr. Nein, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich bin ein Wettbewerb. Ich denke, Morakai ist es, ich bin ein Wettbewerb. Okay, ja, endlich kann ich mir meine Fuß holen. Ich bin ein Wettbewerb. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Ja, das war's. Nein, das war's. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Okay. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ah, ich hab wenig Mana. Das wird mir vielleicht. Ja, machen wir mal noch an. 5x Ich hab's vorher gemacht, weißt du? Goddammit, mein Fehler Das macht einfach keine Ahnung Was soll der Scheiß? WTF? Komm schon Leute Oh Mann Ah, ist auch ein Dreck Ich meine wir haben eins und eins So Better to run than curse the road Hmm Ja Hmm your top tower is under attack hmm shit hahahahahaha think close my bones ah yaa eeeh eeeh aaah ausgerechnet die weißt du ah, ist nacht mhm, mhm wo immer mit einem wo immer mit einem der ist durch er ist durch er ist tatsächlich durch er 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 Komm schon. Komm schon. Ihr Mordecai ist auf dem Weg. Defend your fucking tower! Wenn der sich nicht auf mich konzentriert ist, ist alles gut. Wenn der sich nicht auf mich konzentriert ist, ist alles gut. Okay. Das ist gaugerschön. Ahaha. Krieg ich natürlich nur. Natürlich. Äh... Ja. Oh, unser Mordecai ist immer noch dran. Okay. Woher zu? Es ist eine Manifestation der Essenz! Ja! Noch einmal voll. Ah, okay. Schade. Fehlen zwei. Ja. 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 Ich soll sich mal nicht beschweren. Oh Gott, ich hätte Platz für eine Ulti, ja nicht. Ach ja. Noch stehe ich, 1, 1, 2. Das ist nicht gut. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jesus. Your bottom tower has fallen. You're expecting mess. Demon fire shall cover these hands. Hehehehe. The lights my way. None quicker. The gold level is over. Yes. Double kill. oh das ist nicht gut ja scheiße tue weh Das ist jetzt speitert, ne? Solange die sich auf sich gegenseitig tatsächlich nehmen können. Was war der Plan? Solange ich... Aufpassen, lass mal. Oh no, wieder disconnect, ich kann nicht. Das Problem ist meine generelle Angriffsgeschwindigkeit und ich brauche definitiv noch einen Monkey King Bar. Da würde ich auch noch mal Attack, Speed und Damage herbekommen. Muss halt aufpassen, dass ich nicht sterbe, bevor irgendwas ist. Sobald die auftauchen, dann Burning Army rein. Cooldown hat wieder ein 30er weniger. Was ist denn das? Das wird wieder passiert? Nein, danke. Ich versuche es. Dein Top-Tower ist unter Attack. Es sieht aus wie das Ende ist. Ja. Okay. Oh. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit man. Na. Ah. Das ist ein Tor. Ich weiß es nicht. Das ist ein Tor. Ach. PA hat mich erwischt. Auch kein Silence geholfen. das kann man leider vergessen ja 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 ich hab das aus dem Weg gehabt aber immer ehrlich zu sein ich hab mich dran gedacht oh man na gut ja 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 Oh, okay, huh? Yes! Killing spree! Hmm. Dominating! Double kill! None quicker! Your top tower is under attack! Indeed! Ugh! Ich habe mich gesilenced. Oh mein Gott. Was ein Fehler. Oh mein Gott. Das ist ein Fehler von mir. Oh Mann. Der Blademan hätte ich nur ausweichen können, aber dem Call nicht. Nein. Ganz schön. Das war's. Ah, ich bin tot. umschauen ich hätte ja die ganze zeit da wenn ich nur monkey king war schon hätte was ich nicht alles bräuchte ein 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 Was würde ich jetzt nicht geben für einen Smok-Ganker-Bot? Ich versuche es. Mh... Könnten wir Vision bekommen? Vision! Mh... Ich will nicht unbedingt da rein, oder? Lion is a bait! Hm... Oh komm, warum ist der denn... Hm... Shadow Blade... Shadow Blade ist natürlich ein Ding. Think... Alles klar. Das, ähm... Oh... 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 Shit! Oh... Shit! Oh... Oh... Dammit! War das den Diebeck wert? Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Können wir ja ausrechnen. 1000 gegen... 400... Jupp! Das war's wert. Und wenn ich einen Monkey King Bar hab... Dann ist PA fällig! Richtig geht fällig! Ach, ja... Aber ist doch grundsätzlich... Ja... Ich bin auf... Auf... ... auf Doomstown gegangen. Das ist was wir brauchen. Ach... Ich darf jetzt nicht den Fehler mahren. Braucht der Demon Edge? Oh... Oh, der hat der Zepter schon gefreut. Komm schon. Nja. Klein kommt her. Dammit. Schon wieder. Schon wieder. Dammit. Und ich habe sie nicht bekommen, weil ich nicht genug Damage hatte. So. No, lass mir bitte das ganze Gold. Und. Oh. Ich bin. Ich bin. Mhm. Mhm. Goddammit. Das, ähm. Hm. Ja. Das ist das Ehr, weil ich brauche. Oh, sonst. Ansonsten habe ich ein Problem. Sonst bekomme ich hier nirgends, niemanden mehr klein. Der einzige, wo ich wirklich aufpassen muss, ist X. Tatsächlich. Eirgendsbleche. Oh. Der Arsch. Okay. Hm. Jaa. Juss. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Der Fall ist der Fall. Jaa. Jaaaas Das krein schon Dang it man Oh fuck me what the heck Kami ist ja schnell weg von mir Damit Hätte ich noch bekommen aber Ah ja Okay klingt zwar Falsch gebaut So Alchemist muss noch Gemütet werden Das war Das war Frag völlig Falsch